So, heute möchte ich mit euch über einen Sektor sprechen und euch ganz konkret drei Werte zeigen, der es derzeit von allen Seiten bekommt. Die Stimmung ist schlecht, die Ergebnisse sind so lala, das politische Umfeld ist nicht besonders gut. Und genau deshalb ist es ja vielleicht eine interessante Spekulation, diese Aktien jetzt zu kaufen, eben wenn sie keiner haben will. Nicht immer ist Turnaround interessant, manchmal aber schon. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, zuerst einmal ganz herzlichen Dank für euer nettes Feedback. Ich glaube, zu keiner Spezialstudie, zu keinem Special Report habe ich so viel positives Feedback bekommen, wie zum Altcoin Report von Alexander Mittermeier, welchen ihr bekommen habt in der letzten Woche. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, die Werte, um die es dort geht. Die haben sich seitdem sehr, sehr positiv entwickelt und der Trend ist ziemlich eindeutig. Und deshalb wird es auch einen neuen Report geben nächste Woche oder übernächste Woche. Den bekommt ihr automatisch, wenn ihr schon angemeldet seid. Und viele von euch haben sich in der letzten Woche angemeldet. Und falls ihr sagt, na jetzt interessiert es mich aber wirklich, dann könnt ihr euch natürlich immer noch für den Report anmelden. Absolut kostenlos, keine weiteren Verpflichtungen dahinter. Und wie gesagt, den Report von letzter Woche, den könnt ihr euch ansehen. Und wenn das neue Special rauskommt, das dann selbstverständlich auch. So, und jetzt sprechen wir über einen Markt. Schauen wir erstmal auf den S&P 500. Versprochen, wer sagt, ich will die Werte jetzt wissen, vielleicht interessiert mich das ja gar nicht. Ich komme sofort dazu. Also, warum schauen wir uns hier den S&P 500 in den letzten Monaten an? Weil wir feststellen können, wenn wir mal ein bisschen weiter rauszoomen, sowohl unter einem Präsidenten Trump als auch unter einem Präsidenten Biden ist der Aktienmarkt ganz passabel gelaufen. Wir interessieren uns aber dafür, was passiert, wenn der Außenseiter die Wahl gewinnt. Und das ist den Umfrageergebnissen momentan nach Joe Biden. Wir blicken drauf. Wir blicken unter anderem auch darauf, das liegt im Übrigen auch daran, dass die Börse tatsächlich so gut gelaufen ist unter beiden Präsidenten. Das ist eben nicht nur die Regierung braucht. Es braucht insbesondere Notenbanken. Es braucht das Zusammenspiel der Notenbanken und der Regierung. Und beide haben natürlich gar kein Interesse daran gehabt, die amerikanische Wirtschaft abzubürgen. Und selbst der, der hier, ja, der Inflation Reduction Act, ich verspreche es euch, der wird im Wahlkampf eine große Rolle spielen. Donald Trump wird nichts Positives daran lassen. Warum? Weil hier irgendwo auch Clean Energy drinsteht und Climate Change. Und er weiß natürlich, das ist wunderbar geeignet, um Stimmen zu sammeln, wenn man sagt, das ist alles Quatsch. Kalter Kaffee und so weiter. Oder heißer Kaffee in dem Sinne. Sinne. Aber ein Großteil dessen, was da drin steht, hätte unter anderem Namen auch ein Donald Trump gemacht. Es ist nämlich ein riesiges Infrastrukturpaket, welches die USA hier am 16. August 2022 verabschiedet haben. Und wahrscheinlich heißt es unter Donald Trump nicht Inflation Reduction Act, aber so oder so, die Geldpolitik wird expansiv bleiben. Das heißt also, als langfristiger Anleger kann man einigermaßen entspannt auf den Ausgang der Wahl schauen. Wahrscheinlich wird sowieso alles vorher interessanter. Also ich nehme mal an, das wird Ausmaße annehmen, dass du dich fragst, ob das so eigentlich alles noch gesund sein kann. Soll aber nicht heute unser Thema sein, sondern das hier ist eine Studie von Julius Baer, relativ frisch vom 29. Februar 2024. A first attempt to predict the unpredictable, also ein erster Versuch, das Unvorhersehbare vorherzusehen. Also selten waren die Umfrageergebnisse ja so wenig wert. Im Übrigen bei allen Wahlen, das scheint ein großes Phänomen zu sein, liegt auch an der verhältnismäßig niedrigen Wahlbeteiligung, ob er das so oder so. Also wenn es Verlierer der letzten Wahlen gab, sowohl in Europa als in Deutschland als in den USA, dann waren es wahrscheinlich Forsa und andere Umfrageinstitute. Vielleicht können die nichts dafür. Ich kenne das bis nicht so genau. Ich werde nur manchmal angerufen und gefragt, ob ich bei einer Umfrage mitmachen will. Und in der Regel sage ich freundlich Nein. Danke, auch nicht für den Gutschein von XY. Aber die Vorhersagen hatten oft sehr wenig zu tun mit dem, was am Ende dabei rausgekommen ist. So, was allerdings Julius Baer hier versucht, ist zu beschreiben, welche Werte davon profitieren könnten, wenn der ein oder der andere Präsident die Wahl für sich entscheidet. Hier wird übrigens auch schon noch mal festgestellt, Es gibt einige wesentliche Kernpunkte, in denen sich, obwohl das im Wahlkampf anders aussehen wird, Joe Biden und Donald Trump nicht voneinander unterscheiden. Natürlich gibt es auch Unterschiede, keine Frage. Und sollte es aber, als alle diejenigen, die sagen, sie können mit sehr extremen Standpunkten vielleicht nicht so viel anfangen, sollte es vielleicht beruhigen, dass die Praxis manchmal ein bisschen weniger, ja, weniger dramatisch daherkommt als der Wahlkampf selber. Aber es geht hier nicht um persönliche Vorlieben, sondern es geht um Stocks that could benefit from the Trump victory. Also Aktien, die davon profitieren könnten, wenn Donald Trump die Wahl gewinne. Oder eben auch ein Joe Biden. Und hier unten sind derzeit die Szenarien. Also es gibt natürlich einmal den Durchmarsch von Trump, es gibt den Durchmarsch von Biden. Das heißt also, dass man sowohl den Kongress als beide Seiten für sich auf sich vereinen kann, Senat und Kongress, und dann natürlich auch voll durchregieren kann. Oder man hat es damit zu tun, dass wir in der gleichen Paz-Situation sind, in der sich ein Friedensnobelpreisträger wie Barack Obama wieder befunden hat. Ihr habt es in der zweiten Legislaturperiode von Obama mitbekommen, wie schwierig es ist, noch etwas durchzusetzen, wenn am Ende des Tages der Kongress republikanisch besetzt ist. Und umgekehrt gilt das natürlich auch. Also momentan höchste Wahrscheinlichkeit, Durchmarsch von Trump. Niedrigste Wahrscheinlichkeit? Ne, Trump split government, Biden split government 35 Prozent und Biden durchmarsch 15 Prozent. So, auch das ist meines Erachtens alles Raterei. Ich glaube, dass ich mehr oder weniger in den letzten sechs bis drei Monaten vor der Wahl das Ganze entscheiden kann. Und wie? Ich bin ja da nicht gefordert, eine Stimme abzugeben. Und das finde ich jetzt auch nicht so interessant, Links. Also was könnte passieren, wenn Trump, der den Umfragen nach, und das muss ich euch noch zeigen. Also er ist ja, du kannst ja sagen, was er will, was du willst. Und ich werde bestimmt noch Dinge sagen, die Trump-Anhänger nicht gefallen. Aber der Mann weiß ja, wie man mit Finanzen jongliert. Also da sollten es erst 450 Millionen sein, die er auftreiben muss für den Prozess. Das Ganze ist nochmal reduziert worden. Dann kommt hier so ein Merger dabei raus. Dabei ist dann Digital World Acquisitions Corp. durch die Decke gegangen. Allerdings muss man auch sagen, er muss die Aktien jetzt für mindestens sechs Monate halten. Und ich glaube, in den nächsten zehn Tagen, wenn ich mich nicht alles täusche, ja, in den nächsten zehn Tagen muss er die 175 Millionen, wird er schon irgendwie zurückgelegt. Meine Güte, 175 Millionen. Was ich mich frage, ist, was passiert eigentlich mit diesem Unternehmen, also der eigenen Plattform von Donald Trump, wenn er Präsident ist? Denn am Ende des Tages war es ja immer so gute Sitte, dass ein Präsident selber natürlich nicht mehr außerhalb seines Amtes dann für irgendwelche Firmen tätig ist und schon gar nicht ganz maßgeblich mit seiner Beteiligung das Firmengeschick dann beeinflusst. Aber da sind wir eben auch bei der guten Sitte. Dann ist es vielleicht diesmal anders. We will see. So, warum will ich die linken Aktien, die also von einem Sieg Trumps profitieren könnten momentan? Und darum soll es heute nicht gehen, nicht so interessant, weil die zum Teil eben auch echt schon gut gelaufen sind. Also hier JP Morgan, sehr gut gelaufen. Was wahrscheinlich nicht allzu viel mit den Umfrageergebnissen zu tun hat, aber um es nochmal zu zeigen, welche Werte jetzt hier Julius Baer uns zeigt. Ja, Eli, Lemmy ist extrem gut gelaufen. Novo Nordisk, nehmen wir mal den US-Kürzel, ist auch extrem gut gelaufen. Aus unterschiedlichen Gründen. Und es geht jetzt auch gar nicht so sehr darum, warum Julius Baer glaubt, dass diese Aktien jetzt profitieren. Für mich am offensichtlichsten. Und die halte ich auch auf dem aktuellen Niveau für attraktivsten, am attraktivsten. Also wir haben eine Novo Nordisk im langfristigen Zukunftsdepot der Rendite-Spezialisten. Geht mir nicht darum, jetzt in irgendeiner Art und Weise anzukündigen, dass die jetzt schlechter laufen. Nur sie sind halt schon sehr gut gelaufen. Das ist ja keine antizyklische Spekulation mehr da zu kaufen. Auch die Energiewerte, die Schöpferon oder Conoco sind sehr gut gelaufen. Die halte ich allerdings auf dem aktuellen Niveau, vielleicht kriegt man sie ein paar Prozent billiger auf Sicht der nächsten Jahre, auch für attraktiv. Und das wären für mich die offensichtlichsten Gewinner, also die Energiebranche in den USA, wenn wir über einen Sieger-Trump sprechen. So, Aktien, die es aber derzeit billig gibt und die davon profitieren könnten, wenn Sleepy Joe, wie er ein bisschen böse genannt wird, wenn er denn die Wahl für sich entscheiden würde, sind praktisch sämtliche Aktien aus dem Energiesektor, die natürlich auch nicht deshalb jetzt schwach sind, weil Biden Präsident ist. Das hat mehrere Gründe. Die höheren Einkaufskosten im Energiebereich, die Materialkosten, also Rohstoffkosten, sind extrem gestiegen. Und nicht zuletzt waren die Geschäfte stark schwankend und damit auch die Erträge. Und deswegen sind die Aktien massiv teilweise unter Druck geraten. Und Achtung, wer jetzt sagt, ja, bei Allstate sind die Umsätze so und so eingebrochen. Das sind sie. Und bei Vestas ist das schlecht gelaufen. Und, und, und. Bei den ganzen Solarwerten. Gerade in der Solarbranche ist sicherlich eine ganz schwierige. Hier sind die Margen geraten immer weiter unter Druck. Es gibt mehr Hersteller, die chinesischen Hersteller schmeißen das Zeug relativ günstig auf den Markt. Es ist ja gar nicht so, wenn man sich die Ergebnisse von First Solar oder sowas anschaut, ist ja nicht so, dass das Geschäft selber schwächeln würde. Das heißt, die Umsätze sind durchaus attraktiv, wenn man sich das Volumen anschaut. Aber es bleibt einfach weniger hängen. Also die Marge selber. Und das ist ein bisschen das Problem. Aber deswegen sind die Aktien jetzt ja auch so unter Druck. Und jetzt mal beispielhaft. Ich bin in keinem dieser drei Werte jetzt investiert. Warum? Weil eine Spekulation braucht auch den richtigen Einstiegszeitpunkt. Und der liegt bei mir etwas tiefer. Das heißt, ich hätte gerne noch mal so etwas wie einen finalen Sell-Off. Kann ja durchaus sein, dass wir im Rahmen einer Saisonalität oder warum auch immer, ich habe es hier auf dem Kanal ja im letzten Video besprochen, wir mal eine kleine Sommer- oder eine Frühjahrsschwäche sehen. Und dann werden schwache Aktien wahrscheinlich sich dem nicht entgegenstellen, sondern vielleicht sogar eher noch mal ein bisschen unter Druck geraten. Und diesen nächsten Ausverkauf, den möchte ich gerne nutzen. Wer sagt, das ist mir alles zu kompliziert. Und ja, entweder jetzt kaufen, jetzt sag doch kaufen oder nicht. Ja, dann sage ich eben 10 oder 15 Prozent tiefer kaufen. Und wer das nicht so gerne mag, der hält sich einfach an seine langfristigen Aktienpläne. Man kann ja nicht in dem Moment, wo man die Analyse macht, sagen, jetzt habe ich mir die Aufgabe gestellt, jetzt habe ich es aber auch schön umgesetzt, also kaufe ich jetzt auch die Aktien. Also, das wird für mich interessant, wenn ich sie jetzt noch mal ein Stück günstiger bekomme. Welche? Das möchte ich euch zeigen. Zwei. Aus einem ETF bin ich im Übrigen mit einem Verlust von 10 Prozent wieder ausgestiegen. Ja, ich war mit den letzten Wochen, im Prinzip seit Jahresauftakt, mit meinem aktiven Handel ziemlich zufrieden. Aber das war nicht so gut. Diesen Rebound habe ich zu früh antizipiert. Nicht in Allstate, das ist der größte Offshore-Betreiber von Windkraftanlagen. Kommt aus Dänemark und ist massiv abgestraft worden. Also, wenn wir uns das in den letzten Jahren gucken, es sah mal wie eine echte Erfolgsgeschichte aus. Und das ist es nicht. Ist nicht zu vergleichen vom Chart her mit einer Plug Power oder mit einer Ballad Power oder mit einer Fuel Stealth. Ich weiß, diese Wasserstoffaktien sehen auch schwach aus, aber die verdienen halt kein Geld. Gar nicht. Haben sie auch noch nie. Vielleicht mal quartalsweise, durch Glück, Zufall oder cleveres Accounting. Das ist bei Allstate etwas anderes. Hier kann es durchaus sein, dass die Erträge noch eine Zeit lang unter Druck stehen. Aber die Börse schaut natürlich in die Zukunft. Und von daher finde ich das Unternehmen ganz interessant. Green Energy ist so schnell from hero to zero abgefallen. Und bitte lasst euch da nicht blenden. In den sozialen Medien ist Klima, alles was rund um Green Energy wie ein rotes Tuch. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ob diejenigen, die sich da besonders das Gefühl haben, sie müssten sich dagegen positionieren, ob die da besonders viel Plattform haben. Aber das ist so meine Wahrnehmung. Das ist nicht überall so. Das ist in einigen, auf LinkedIn ist es natürlich etwas weniger. Natürlich. Warum? Weil da etwas weniger polemisiert wird. Aber das Thema ist tatsächlich auch unter Anlegern ultra out. Das hat nichts damit zu tun, dass das nicht stattfindet. Das heißt, wenn wir uns die Volumina anschauen, ich meine, wir haben über 40% regenerative Energien, wenn wir in unserem Strommix, das findet schon alles statt. Und das halte ich, die Kritik dafür nehme ich gerne an, das halte ich auch für sinnvoll. Nur, es wird weniger damit verdient derzeit. Das wird nicht rückabgewickelt. Nirgendwo. Im Übrigen China, wenn die so weitermachen, überholen die uns da noch. Es ist nicht so, dass jetzt alle nur noch Atomkraftwerke bauen. Wobei man streiten könnte darüber, ob das regenerativ ist, ist es logischerweise nicht. Aber es ist ja ziemlich CO2 arm. Wollen wir heute nicht aufmachen, das Thema, sondern wollen feststellen, die Aktie ist vielleicht in einer Bodenbildung. Sagen wir mal so, bei dem Wert könnte man vielleicht schon eine Tranche, ja, man könnte es vielleicht schon rechtfertigen. Ich hätte sie gerne noch mal ein bisschen tiefer. Gegebenenfalls würde ich hier auch warten, vielleicht, wenn ich den Ausflug über 400 Kronen habe, durch 7,46, dann seid ihr beim Euro wert. Also gerade bei so Turnaround, wenn man sagt, das mache ich für 6 bis 12 Monate, ist so in Tranchen zu kaufen gar nicht so schlecht. So ähnlich sieht das aus, die hätte ich aber tatsächlich gerne noch ein bisschen tiefer. Nochmal, ich bin aktuell nicht investiert, warte mich für den Originalkurs aus Copenhagen. Ja, die haben sich eigentlich schon ganz gut eine Erholung, nicht im Vergleich zu früher, aber das ist der größte Windkraftanlagenbauer, einer der größten. Die hätte ich gerne ein bisschen günstiger. Also irgendwo zwischen 160 und 170 werde ich mich wahrscheinlich mal auf die Lauer legen. Und wer sagt, ja, das Ganze will ich halt einnehmen, da spare ich doch sowieso lange rein und das war auch nicht so schön bis jetzt. Ich halte von diesen Branchen-ETFs nichts in der langfristigen Anlage. Allerdings, als wenn man auf einen Rebound spekulieren möchte oder man auch mal sagt, das ist für mich ein Sektor, der auf Monate hinaus attraktiv ist, dann spricht nichts dagegen. Der iShape Global Clean Energy, massiv unter Druck geraten und womit mit Recht, die Ergebnisse sind auch deutlich schlechter, als die es noch vor zwei Jahren waren. Das muss man einfach so sagen. Ich habe schon mal gesagt, ich habe versucht, diesen Rebound zu handeln, da ich war erfolglos, ja, ich war zwischendurch zwar ein paar Prozent im Plus, aber am Ende des Tages war das Kursverhalten zu schwach und dann, ich möchte nicht, dass das Tief dann nochmal getestet wird. Das kann eine Bodenbildung sein, aber ich möchte das Kapital auch nicht ewig binden. So, meine Frau geht einmal, ihr kennt das schon, an die Tür, wir sind eh gleich durch. Ja, schmeiß die Lampe doch um. Ich brauche keine Lampe. Brauche ich nicht. Oh Mann, das gibt Lack. Aber wenn ich hier jetzt nochmal das Ganze ein bisschen schwächer bekommen könnte, ein Ausverkauf von 10 bis 15 Prozent, das wäre super interessant. Vielleicht auch 20 Prozent, aber ich will mal nicht zu gierig sein. Das wäre interessant und dann den Rebound. Da wäre ich gern dabei. Also, das wäre die Spekulation für dieses Jahr. Noch nichts, aber vielleicht nur auf die Liste liegen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Was sagt ihr? Ist das was? Oder sehen die Charts so schlecht aus, dass man sich am besten raushält? Schreibt es mir rein und denkt dran, Report ist schon da. Altkreuz, super spannend. Also, bis nächsten Montag. Ja, Ostermontag macht nichts. Wir hören uns trotzdem. Bis dann und ciao. Ja, Ostermontag. Ja, Ostermontag. Ja, Ostermontag. Ja, Ostermontag. Untertitelung des ZDF, 2020